guten abend und herzlich willkommen beim heutigen video einer rundfahrt auf meinem smartphone ich möchte euch heute vorstellen welche werte ich so beobachte mit welchen apps ich arbeite und mit welchen dingen nicht an interagieren wir fangen einfach mal frisch und munter an zunächst möchte ich aber auch noch ein gutes neues jahr 2021 wünschen oben links seht ihr den ripple derzeit bei ungefähr 18 cent wir haben in der letzten jahre schon einen hochstand gesehen bei ungefähr 60 cent dann kam ein massiver einbruch durch die bekanntgabe der informationen dass die amerikanische börsenaufsicht die seck eine klage gegen das unternehmen ripple die die währung ripple xrp betreibt eingereicht hat mit dem vorwurf man hätte anleger nicht ausreichend darüber informiert dass sie ja nur eine währung kaufen und nicht aktienanteile einer firma aus meiner sicht an den haaren herbeigezogen denn wer denkt schon daran wenn er jetzt dollar kauft dass er ein teil von amerika als aktiengesellschaft kauft und ich glaube auch auf dollarscheinen steht nicht drauf dass man keine anteile von amerika kauft sondern nur eine währung also das wird sich in den nächsten monaten aufklären durchaus könnte man spekulieren und eine kleine nebenposition auf den ripple auf den xrp setzen und ja abwarten ob der wert von 60 cent oder vielleicht höher wieder erreicht wird wenn einmal diese handbremse dieser klage gelöst ist in der mitte oben sehen wir ist hier um eth ist die abkürzung ethereum stand zu beginn des letzten jahres also so im frühjahr bei ungefähr 90 euro und hat sich wirklich sehr sehr proper entwickelt und sich den höchststand den aktuellen sehr wohl verdient denn ethereum ist im vergleich zum bitcoin doch eine wesentlich fortschrittlichere technologie die nicht nur beinhaltet dass finanztransaktionen in der blockchain abgebildet werden sondern auch verträge dort geschlossen werden können zb kaufverträge und es gibt mittlerweile einige tokens die ihre geschäftsideen im prinzip über ethereum abwickeln was ethereum einfach weiterhin stärkt ethereum ist innovativ ist flexibel kann sich weiterentwickeln so zum beispiel aktuell auch zu beobachten darin dass man ich mache dazu mal meine binance app auf hier sieht dass eine umwandlung stattfindet von ethereum zu ethereum 2.0 einem vereinfachen verfahren um die einzelnen buchungen der blockchain zu validieren und im moment werden sehr hohe zinsen dafür bezahlt von ethereum indem man seine bisherige ethereum währung sozusagen fest anlegt für den zeitraum der umwandlung und und dafür bis zu 20 prozent eine rückvergütung kommt und das zusätzlich zu der wertsteigerung die ethereum alleine durch diese ja änderung im prinzip erreichen kann die jetzt durch dieses ja proof of work umwandlung in proof of stake halt da auch noch mal passieren wird also die skalierbarkeit ist einfach damit gegeben hier sehen wir von ripple und das zweite von unten ethereum zweite von oben und bitcoin die wertentwicklung jetzt über zwölf monate gesehen bei ethereum sind es 511 euro 29 also 425 prozent beim bitcoin über 300 prozent mit 19.900 euro steigerung und selbst beim ripple der ja ordentliche abschläge hinnehmen musste sind es immer noch 5,28 prozent und damit ungefähr 5,28 prozent mehr als ihr auf jedem sparbuch bekommen hättet wir schauen uns mal beim ripple die letzten sieben tage mal etwas genauer an also hier waren wir durchaus auch schon bei kursen ja die um die 50 60 cent lagen und dann kam dieser massive absturz hier nach unten und ich denke schon dass wir die alten kurse wieder auch sehen werden aber das ganze natürlich haftungsausschluss jeder auf sein eigenes risiko ob man da was setzen möchte wenn dann bitte nur eine nebenposition zum beobachten ja das sollte schon mal ein grober überblick sein über die apps die ich nutze zum handeln mit kryptowährungen wo ich im prinzip also geld investiere um welche zu kaufen und deren wettentwicklung abwarte allgemein ist so ein spruch der händler von kryptowährungen man verkauft keine kryptowährung man kauft sie einfach und wartet ab das ist die ganze geschichte denn diese ganzen auf und abs die einen nervös machen könnten führen einen oft zu fehlhandlungen und die währung einfach zu behalten und abzuwarten was sich in den nächsten fünf bis zehn jahren hier entwickelt das macht einfach sinn man kann aber bei manchen apps hier bei bison geht es zum beispiel nicht aber bei der binance app da kann man das sehr gut und zwar kann man hier sogenannte stop loss orders setzen um im prinzip ja wenn man auf nummer sicher gehen möchte kann man hier sagen ich möchte ein limit setzen wenn der kurs unter diese marke fällt dann möchte ich aus dem geschäft raus gehen das geht etwas sehr ins detail herein wer dazu mehr erfahren möchte bitte auf ein entsprechendes video warten oder einfach nachfragen hier auch noch mal der hinweis auf meinen crypto kanal bei instagram und hier auch auf dem kanal der hinweis auf meine homepage die da heißt tobias.otto punkt tobias otto.de schrägstrich crypto entschuldigt dem versprecher hier seht ihr auch noch mal unheimlich viel über crypto währungen dann mein zweiter kanal auf instagram piece of wealth heißt übersetzt stück des wohlstands auch hier seid ihr noch mal bestens informiert über alles im bereich crypto das bin ich ich habe natürlich noch weitere kanäle einmal von meinem arbeitsplatz aber auch von meinem hobby feudinger ahnentafeln und lanvokal und einen privaten kanal schaut euch gerne um und abonniert gerne die kanäle doch jetzt lasst uns reinschauen in die apps für personen die jetzt ganz neu anfangen möchten mit crypto und nicht bereit sind oder nicht möchten ihr eigenes geld zu riskieren oder zu investieren sondern einfach mal schauen möchten wie es ist von anfang an bei der entstehung einer crypto währung dabei zu sein und davon zu profitieren dass man die münzen noch gratis bekommt schauen wir uns als erstes alpha an alpha heißt eigentlich abox also die währung die dahinter steht demnächst heißt abox aibox und ihr seht ich habe hier ein mining team von acht personen ich habe die app noch nicht so lange mache noch nicht so lange informationen hier drüber ähm für den heutigen tag sammle ich bereits seit 12,9 stunden ein mit einer rate von 0,845 und es ist hier so dass ähm ebenfalls wie bei den anderen apps auch belohnt wird wenn man ähm hier personen mit hinzuwirbt ich kann im moment euch nicht zeigen wie da ach jetzt doch da klappt es ähm ähm ja je mehr personen man ähm wirbt hier mitzumachen desto höher wird man entsprechend mit einer mining rate belohnt man kann aber immer bei allen apps auch ganz normal einfach alleine minen äh in besonderheit bei dieser app nach 18 tagen kontinuierlichen minings wird die rate um 10 prozent automatisch erhöht ähm wir schauen in die nächste app rein das ist die bee app ja das äh ist das englische wort für biene ähm ihr seht hier dass bereits das erste halfing bei 10.000 100.000 personen stattgefunden hat und wir jetzt auf die eine million zu laufen also 500.000 sind jetzt schon da mein mining team hat hier derzeit 9 personen und ähm meine mining rate ähm stellt sich mit 2,4 bi pro stunde dar hier mal der hinweis dieser punkt im englischen ist das komma im europäischen bereich also sind hier nicht 178.000 wäre auch unsinn bei vier dezimalstellen ähm sondern 178,5377 und so weiter bis die hier eingesammelt habe time stop habe ich schon etwas länger wir sehen hier sind bereits 98 teammitglieder ähm bei time stop bei mir dabei und 29.000 äh tau heißt die währung hier konnte ich schon einsammeln die besonderheit an dieser app ist ihr seht oben dass es ähm 382 dollar entsprechen soll was ich eingesammelt habe das gibt so bei den anderen kryptowährungen nicht denn fakt ist erst dann wenn der handel beginnt kann es einen tatsächlichen wert für diese währung geben diese firma hier gibt diesen wert schon vor mit 0,013 ähm dollar kann ich wie gesagt nicht ganz nachvollziehen wie dieser wert zustande kommt ähm das bleibt abzuwarten ob das realistisch ist bei dieser app klickt man einmal am tag auf einen stempel der hier im kalender erscheint die app die ich bereits am längsten auf meinem handy drauf habe und die am erfolgsversprechendsten aus meiner sicht auch ist ähm da es auch die erste war ist die pie app hier habe ich 114 mitglieder in meinem team drin und konnte schon 10.000 dieser bei währung sammeln und die besonderheit dieser app ist dass es 2021 also dieses jahr ende diesen jahres bereits zum marktstart kommen wird zum börsengang sozusagen kommen wird und man dort ähm ja dann erfahren wird wie viel euro wie viel dollar diese bei währung ähm entspricht und man sie entsprechend gegen waren dienstleistung oder gegen euros tauschen kann ähm wir schauen hier mein profil rein ihr seht ich äh an den erhaltenen reaktionen ich beteilige mich auch ähm im chat und gebe dort mein wissen weiter an neue user neue pioniere und ihr seht mein benutzername ist gleichzeitig mein einladungscode das heißt wenn ihr diesen einladungscode angebt bei der einrichtung bei der anmeldung dieser apps dann habt ihr hier ähm gleich die chance auf einen hohen bonus in meinen ähm ja gut gefüllten teams das gilt auch bei der time stop app und auch bei der b app einzige besonderheit ist die a box app denn hier ist der code nicht insomnia 79 sondern 28 t p r m v r i das ist eine weitere besonderheit bei der a box app gibt ist der zustand dass es diese hier nicht in dem app store gibt ihr werdet sie also hier nicht finden anders ist das bei der b mining app die findet ihr sehr wohl hier ihr seht hier auch meine rezession mit dem entsprechenden einladungscode noch mal zu finden dann gibt es die bei app auch hier im store und auch die time stop werdet ihr hier im app store finden nicht alle apps sind gleichzeitig auch im apple store zu finden ähm zum beispiel ist die time stop app derzeit nicht im apple store zu finden soll aber in arbeit sein die a box app die findet ihr nur per download direkt über die internetseite von a box und da habe ich euch hier mal den link aufgeschrieben http www a box punkt club schrägstrich kontakt punkt html fragezeichen in weit gleich 28 t pr m v r i das wäre dann auch gleichzeitig die letzten letztgenannten bereiche der einladecode den ihr verwenden könnt hier ist es halt so dass ihr die app direkt bei a box punkt club herunterladet sie ist nicht in dem google store drin das kann manchen skeptisch machen das macht die sache auch etwas komplizierter bei der anmeldung und bei der installation und bei updates aber ich denke man sollte sich halt bei allen diesen projekten klar machen dass es sich um piloten handelt um dinge die also gerade entwickelt werden und dass es da hier und da noch kneifen kann was ihr hier auf meinem handy display smartphone display noch weiter seht ist investing dort habe ich ein paar der börsen werte aktienwerte die ich beobachte mit aufgeführt ihr seht hier außerdem auf der rechten seite mitte ich trust wallet und peak defy das sind neben der beinen dem beinerns wallet auch noch weitere wallets wo ich crypto währungen aufbewahre das trust wallet ist das wallet auch von beinance und peak defy ist ein eigenes kapitel über das ich vielleicht mal separat ein video machen werde da bin ich aber noch nicht lang genug dabei und ich habe es mir zu eigen gemacht dass ich mich eigentlich selbst erst mal gut informieren möchte bevor ich informationen rausgebe oder gar irgendwelche ratschläge verteile kurz zu peak defy aber es handelt sich um ein token von ethereum mit einer eigenen währung also wieder die man auch mit einer sehr sehr guten vergütung derzeitig staken also als festgeld anlegen kann und es gibt außerdem die möglichkeit mit geld dort zu investieren in einen fond der sich im bereich crypto währungen ja dort etabliert hat und durchaus auch potenzial hat sehr interessant zu werden ihr seht außerdem noch auf meinem bildschirm die vr banking app die com direkt app und die trading app von der com direkt bank die zu kommerz bank im übrigen gehört diese apps nutze ich auch aber hier gebe ich heute einfach mal keinen einblick rein ich bedanke mich recht herzlich für das interesse an diesem video an crypto währungen ihr seht es ist für alle heute was dabei gewesen egal ob ihr in bestehende crypto währungen investieren wollt euer euro dollar euer geld einfach dort reinstecken wollt und schauen was draus wird oder ob ihr ja ganz neulinge seit im crypto geschehen und möchtet euch einfach mal rein tasten ohne geld zu investieren und möchtet gleichzeitig von anfang an bei der entstehung einer neuen währung dabei sein und pioniere sein dann kann ich euch die a box die b die time stop und die pay app empfehlen zu allen kann ich euch weitere informationen geben ich supporte euch nach der anmeldung und ich helfe euch auch bei der anmeldung solltet ihr dabei hilfe brauchen einfach melden schaut euch gerne auch meine anderen videos auf dem youtube kanal an und abonniert gerne die instagram kanäle ihr seid herzlich willkommen hier mit dabei zu sein und jede information die ich hier poste zu verfolgen ich freue mich über jedes abo über jede frage und ja was ich euch sonst noch zeigen kann ich betreibe auch eine facebook seite auf der man sich informieren kann auch infos bekommt und dann halt nicht zu vergessen habe ich auch meine eigene homepage auf der ihr euch auch informieren könnt über den bereich crypto und zwar heißt diese seite tobias otto punkt de schrägstrich crypto und hier findet ihr eine ja seite über crypto währung die technologie der zukunft diese seite ist multilingual kann also übersetzt werden in alle sprachen dieser welt ja mitmachen auf jeden fall ich empfehle euch dringend euch mit diesem bereich zu beschäftigen und am besten heute noch zu starten denn es geht euch ansonsten jeden tag geld verloren ähm ich persönlich äh bin dort sehr ähm ja daran interessiert möglichst viel des ähm geldes investiert zu halten bloß nicht das geld in veralteten bausparverträgen lebensversicherung rentenversicherung auf fonds basis oder gar ähm ja auf sparbüchern herumliegen zu lassen denn es ist so dass das geld dort einfach entwertet wird und am ende nicht mehr das übrig bleibt was ihr ein bezahlt habt und daher sollte man geld immer investiert halten und wenn es in gold ist auch das ein thema dem ich mich noch widmen werde gold und silber sind sehr gute anlagen ähm obwohl die meisten eher auf gold schwören bin ich der fan von silber einfach aus dem grund weil es das material ist was nicht nur glänzt sondern auch tatsächlich eine wertvolle verwendung hat ähm mit einer großen prozentzahl auch in der industrie verwendet wird das da zeigt sich wieder ähm auch hier ja bin ich nicht der gold fan wie beim bitcoin und ethereum auch hier bin ich auf die nummer zwei eher ähm eingestellt denn die nummer zwei hat hier einfach noch mal mehr potenzial ähm auch was das ethereum angeht vielen dank fürs zuschauen einen angenehmen tag ein angenehmes jahr wünsche ich euch und viel erfolg bei all dem was ihr in diesem bereich machen werdet viel erfolg was ihr in diesem bereich machen werdet viel erfolg